Ein Nadat Nein, doch! Ich will was anderes sagen. Ja dann. Ich will das zu die Kisten sagen. Das muss Spaß, die Sachen zu nehmen und die zu sortieren. Aber es muss nicht Spaß, wenn jemand den Autosatierbutton drückt und dann alles zwar sortiert ist, ob man ihn richtig sortiert ist. Das ist echt Jess. Richtig schön. Das passiert ohne Sie. Ja, das ist mir auch Spaß passiert. Aber nur bei meines Kisten. Ja, ich hab's auf Mut und werde es sagen. Also ich hab eine sehr anstrengende Aufgabe, wenn es ein paar Freiwillige gibt. Was denn? Ich brauch ja grad meinen SoulSand-Aufzug, damit man leichter zu mir raufkommt. Wir haben fast nicht sein. Kontrollieren Sie sich, kontrollieren Sie sich. Das Problem ist, ich sag nur Clip. Halt doch die Fresse, Mann. Mashallah. Oh, Gott.